Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von EVOLVE. Bei mir sind heute der Christian und der Hendrik. Moin moin, hallo. Und wir werden mal schauen, ob wir das Monster diesmal töten können, mit Sicherheit. Ich mach's jetzt genauso wie vorhin. Dass ich erst einfach so unterwegs bin. Ja. Ich hab's schon 300 Meter Vorsprung, was soll ich? Oder 200. Ah, dadurch hat er's wahrscheinlich nichts machen können. Oh lol. Brauch hilfe. Oh mein Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Ja. Ich heil dich mal. Ich weiß auch gar nicht, ob mein Betäubungsgewehr mehr Schaden macht oder mein Scharfschützengewehr. Wir haben doch mal einfach unterschiedliche Funktionen, aber die machen doch beide kaum Schaden, oder nicht? Doch, die machen auch wohl Schaden. Doch, die machen auch wohl Schaden. Ich soll natürlich das Vieh verloren. Ja? Ja. Das ist erstmal nicht so tragisch. Richtung Norden würde ich weiter sagen. Ja, toll. Auf jeden Fall gucken, dass ihr den Fußspuren folgt, während ich hier am Sachen platzieren bin. Aber wenn du ganz weit weg bist, dann bringt das doch gar nichts, wenn wir das haben. Doch klar, also ihr könnt doch jedenfalls verfolgen. Also ich denke mal, das geht dann ja ganz in den Norden jetzt. Hörs? Wieder jemand rot? Wir sind Spuren da lang. Wo ist das denn da unten? Oh Mann ey, ganz in der Nähe. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Ah, so langsam. Wir haben's in Soundfight conquer. Aber wir haben's in Soundfight weiß ich nicht. Da ist das Ding. Verliertes Ding! Ich muss zu folgen, das war echt schwer. Oh nein, ich komm hier nicht durch, weil ich hier gesackt bin. Ach, hier durchkommen, ok, ich bin gleich da. Zeit für ein paar Schmerz, das Ding ist festgedagelt, Angriff! Versuch doch, Marco, was zu tun, na los! Verliere mein Ziel! Verliere mein Ziel! Oh nein! Ich hab's schon gut gemacht. Ich hab's schon gut gemacht. Ich hab's schon wieder so wenig damage gemacht. wir können noch gegen den solltet ab oder mich wiederbeleben oder warten bis ich wieder da bin und er kommt der springt auf dich und der einzige da gleich ja er war nur level 1 und hat uns fertig Hälft Markov, euch zu helfen! Los, verdammt! Ich werde mich nächstes Mal wieder aufs Heim konzentrieren, weil ich gerade ein bisschen mehr geschossen habe. Danke. Wir sollten eben warten, oder? Ja, also grundsätzlich hast du recht. Wir wollen nur gucken, dass ich auf sicherer Distanz noch ein paar von den Sound-Sachen platziere. Ja, und da ist er auch schon gut. Du hältst dich wohl für besonders schlau, was? So, wir sind wieder oben im Luftschiff. So, wir sind wieder oben. Hast du, wo es ist? Ne, ich bin nur noch mit der Sound-Sachen. Wir sind noch ganz weit weg von euch, ne? Passt gar nicht, ich bin hinter dir. Kannst du mich hier? Was hinter mir? Jetzt vor dir. So, ja. Ja. Es war ganz schön knapp, mein Lieber. Natürlich. Sehr gut. Wo ist denn jetzt hin? Guck. Ach, gehört's auf jeden Fall da. Ja. Ja, da ist die Bestie. Ja, da ist die Bestie. Oh, lol. Ich bin halt tot, ne? Wolltest du noch wo hin? Ja. Okay, nehmen wir da die Medi-Pistole. Gott. Ihr dürft jetzt nicht alles sterben. Ach, du bist komplett tot bei euch. Ja. Das läuft so schlecht. Ja. Oh, und ich schwimm die ganze Zeit ins Scheiß. Oh Gott. Das war's. Was ist das denn hier? Ist das Wasser oder steht dann da drin? Bäuer oder sowas. Ja, richtig scheiße. Wir waren richtig schlecht einfach nur. Toll, wo bist du denn? Ich bin halt abgehauen. Ich bin halt abgehauen. Moment, ist der schon Level 3? Okay. Okay, dann haben wir ja noch ne kleine Chance. Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Da ist das Viech. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Ohne. Andere hinter dir. Da unten. Ah. 20 Sekunden. 20 Sekunden. Oh, diese Zeit, wo man dann nichts tut. Ist einfach viel zu lang. Ah. Alles klar. Auf in den Kampf. Los geht's. Grund ist, dass wir bisher kaum Schaden gemacht haben. Ja. Wir müssen auf jeden Fall nochmal nachhelfen. Ja. Wir müssen alles aufstellen. Fallen. Allen möglichen Scheiß. Das sind ein paar Vögel. Immer noch Level 2. Ja, es ist auch schon viel Zeit vergangen. 11 Minuten, also. Dann könnte es theoretisch noch einmal aussperren aus dem Raum und dann wird es echt fliegen knapp, mit der Zeit. Da drüben ist es. Ziemlich großer Vogel. Alles klar. Das ist natürlich jetzt schlecht. Wir müssen jetzt zum Relay. Ja. Ach, du Schaust. Ich steig mal alles auf, was ihr habt. Ich gehöre ihn schon. Die ist Relay. Wir müssen hier überall die Minen legen. Nice. Er hat irgendwie damit gepflegt. Alter, wie schnell bin ich denn tot? Das gibt's doch gar nicht. Level 3. Boah. Boah. Gingolaes im engen Raumcamp ist halt echt nicht so leicht. Schmeiß zum Feuer! Wollte hätten wir jetzt hier so Minen? Wir gehen direkt raus! Eigentlich werden alle Minen und so aufgebaut werden und alle fallen. Ja, weil der Punkt ist, dass ich zum Beispiel keine... 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 Vielleicht ist der Jäger mal doch nicht so gut. Bist du hier irgendwo? Ja doch. Ich mag den auf jeden Fall lieber. Ich bin droht. Oh man! Ich muss auf die Verstärkung bauen. Oh man! Wir sind halt echt schlecht. Wir sind halt echt schlecht. Level 1 Monster. Ah, ist okay, komm. Dann auch nichts weiter. Ah nie! Ah, ciao! Ich Smells ок farent dich wieder flight! Mh? Ahh, ich hab mache so mia. So poor ich appliciere mit Jehre mit ihnen geht! Aber ich habe einfach zu sprennen. Erig heißt also mit Creipman.... R infamous, Spiel von Prails. Die drinne jetzt! Ron, wo mal alles! Ja sondern noch schnell kommt! Vielen Dank.